Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 19. März 2024. Dominik Feussi und Markus Somm. Gute Nachricht. Die sogenannte Blackout-Initiative ist für gültig erklärt worden. Dominik, was sind da die wichtigsten Details? Ja, das ist nicht völlig überraschend. Aber mit 125'830 Unterschriften führig genug, um die 100'000 erreichen. Die Blackout-Initiative will, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, einerseits klar machen, dass der Staat verantwortlich ist für eine sichere Stromversorgung. Und er soll zu diesem Zweck alle Technologien verwenden, die klimaneutral sind. Also auch, das ist nicht erwähnt, aber es ist klar, also auch Atomenergie. Genau, und wichtig ist ja an dieser Initiative ja eher auch, dass sie eigentlich die ganze Diskussion wieder ins Rollen bringt, weil jetzt der Bundesrat muss auch Stellung nehmen zu dieser Initiative. Vielleicht bringt es schon der Bundesrat den Gegenvorschlag, könnte ja einer sein, oder das Parlament. Hängt sicher auch ein bisschen davon ab, was im Juni passiert bei dem sogenannten Mantelerlass. Dominik, wie würdest du das einschätzen, jetzt die Wirkung dieser Initiative? Ich glaube auch, oder das haben die Bürgerlichen viele noch nicht gemerkt, jetzt in dem Fall auch insbesondere von der Low-Pier-Organisation, von der Nuklearia, die diese Initiative kritisieren. Die haben das nicht begriffen, oder weil es geht wirklich darum, um das Agenda-Setting. Oder linksgrün hat das viel besser schon gecheckt. Mit Hilfe einer Initiative kannst du das Thema auf die Handeliste setzen. Was du dann damit machst, da gibt es x Möglichkeiten, es gibt Gegenvorschläge, direkte, indirekte. Auf Verordnungsstufe haben wir auch gelernt, bei der Halbierungsinitiative der SRG und so weiter. Und es geht jetzt einfach darum, aus dieser Ausgangslage, aus diesem Agenda-Setting, etwas zu machen. Und das Entscheidende ist, das habe ich vom Andi Gross gelernt, vor 30 Jahren. Er hat einen guten Artikel geschrieben über die Armeeabschaffungsinitiative. Er hat gesagt, du musst eigentlich am Abstimmungssontag schon so viel erreicht haben, dass es egal ist, ob es ein Ja oder ein Nein gibt. Und du kannst zufrieden sein. Absolut. Und das hat ja der Andi Gross nach etwas beweisen. Die ganze Jahre ist praktisch abschafft worden. Das hat er jetzt geschafft mit 36,8 Prozent. Ich glaube, dass man recht ist. Wir waren damals sehr stolz. Ich hatte das Gefühl, das ist ein Wahnsinnserfolg. Nein, aber interessant ist schon, wenn die Abstimmung zum Mantel erlassen. Und da muss ich jetzt ehrlich langsam sagen, es ist noch offen, oder? Die SVP wird jetzt an diesem Wochenende darüber entscheiden. Es ist in Langenthal. Das heisst, das ist ein Vorteil für den Albert Rösti. Das ist ein Heimvorteil. Berner SVP-Leute werden wahrscheinlich einen unterstützen. Das ist noch nicht sicher, ob sich da die SVP-Führung unter Führung von Magdalena Martullo durchsetzt. Und eben auch das Nein unterstützt zu dem Mantelerlass. Könnte sein, dass es vielleicht auch eine Stimmfreigabe sogar gibt. Glaube ich zwar nicht. Aber wenn der Mantelerlass durchgeht, dann ist eigentlich die Dringlichkeit der Kernkraft noch viel grösser. Ja, Dringlichkeit schon. Aber es droht natürlich auch ein Putt. Weisst du, dass man dann sozusagen ein Nein hat zu den erneuerbaren Energien und zur Wasserkraft. Und dann vielleicht eben auch ein Nein in einem Jahr zwei zu Atomkraftwerken oder so. Das wäre keine gute Energiepolitik für eine sichere Stromversorgung. Ich glaube halt einfach, egal wie die SVP sich entscheidet, erneuerbare Energien sind immer noch populär bei ganz vielen Leuten. Weil wir stimmen ja dort im Juni nicht ab, ob man das Windkraftwerk direkt neben meinem Häuschen baut. Und darum kann es gut sein, dass viele Leute dem Mantelerlass zustimmen lassen, obwohl sie eigentlich bei sich dann dagegen wären. Genau, wenn es im eigenen Backyard ist, dann wollen sie es natürlich nicht. Das ist normal. Das ist, wie sagt man denn, Sankt Florians Politik. Ja, oder NIMBY, not in my back yard. Niedersachphorie anzündet das andere Haus an. Genau. Das ist so, was man sich hofft, wenn das Dorf runterbringt. Nicht so nett, aber das ist einfach so. Sind Menschen. Nein, aber was noch wichtig ist bei der Kernkraft. Ich glaube, das wichtigste Ziel muss einmal zuerst sein, dass man die Technologieverbot aus dem Gesetz herausbringt. Und das, glaube ich, kann man mit einem Gegenvorschlag auf jeden Fall sowieso machen. Das wäre wahrscheinlich auch, habe ich das Gefühl, mehrheitsfähig, sogar in einer Volksabstimmung. Ja, das glaube ich auch, oder? Weil ich meine, die Armeeabschaffungsinitiative, äh, Atomabschaffungsinitiative, fängt auch mit an, es ist beides etwa gleich blöd. Nein, das ist ja bis jetzt immer gescheitert, oder? Man muss sagen, auch noch die letzte Initiative, die ja Linksgrün noch gemacht hat, noch von Kuschima, die ist ja auch, jetzt bin ich nicht mehr sicher, 70 Prozent, 60, 65 Prozent. Aber man muss einfach mal retten, Doris Leuthard hat das einerseits mit ihrem Lächeln durchgebracht und zweitens, wie sie die Energiestrategie. Genau. So überladen hat, da sind so viele Sachen drin gewesen und so viele Sachen, wo jeder irgendwie noch ein Schokolädchen überkommen hat von Doris, dass die Leute dann halt am Schluss zugestimmt haben. Ja, und geframed. Das ist eine von dem unverantwortlichsten Akt, den es überhaupt je gegeben hat in der Geschichte vom Bundesstaat und das hat Doris Leuthard von der Mitte verbrochen. Eine von den, ich kann nicht sagen, unfähigen, das ist sie überhaupt nicht gewesen, aber es ist verheerend gewesen, was sie da gemacht hat, wahrscheinlich nach dem Vorbild von einer wirklich unfähigen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wir leiden noch jetzt unter diesen Fehlentscheiden. Aber weisst du, man hat gesagt, sicher sauber Schweizerisch. Genau. Und es ist heute weder sicher noch sauber noch Schweizerisch. Und es ist lustig, dass Doris Leuthard immer noch das Gefühl hat, sie müsse etwas sagen zur Energiepolitik. Eigentlich sollte sie sich nur noch entschuldigen. Ich habe mit Geert Kulpa mehr. Das würden wir akzeptieren. Mehr Kulpa. Alles andere wäre Kulpa Entschuldigung. Alles andere wird nicht akzeptiert. Und sonst soll sie einfach schweigen und ihren Verwaltungsraten, wo sie viel Geld verdient, sich verlustieren. Gut, gehen wir jetzt weiter zu einem anderen, auch ein bisschen unerfreulichen Thema, sind die EU-Verhandlungen, die Verhandlungen in Brüssel, die haben jetzt angefangen. Ja, was muss man da mal sagen? Ja, gestern die grosse Pilgerfahrt von der Viola Bundesrätin, Bundespräsidentin Amherd nach Brüssel zu Ursula von der Leyen, zwei rote Jacken, wo sie sich die Hand geben. Sie sagen alle, jetzt wird alles gut. Das haben wir alles schon x-mal gesehen in den letzten 10 Jahren und mitbekommen, wie das so läuft und wie das im Schluss dann eben um Detail der Teufel steckt. Das hat Ignacio Gassis gesagt. Der Teufel steckt im Detail. Interessant, Viola Amherd hat gesagt, Qualität ging vor Tempo und Ursula von der Leyen hat gesagt, bis Ende Jahr wollen wir fertig sein. Das haben wir auch schon gehört, weil es ist auch das letzte Mal so gewesen. Du erinnerst dich, Ignacio Gassis hat immer betont, es müssen gute, ein gutes Rahmenabkommen geben und so. Am Schluss war es kein gutes. Also ich habe einfach, ich wackele von einem Déjà-vu als nächstes. Genau, aber gleichzeitig muss man schon sagen, die Leute, die jetzt die Verhandlungen wieder aufgenommen haben auf der Seite der Schweiz oder besser gesagt, die darauf gedrängt haben, dass man wieder verhandeln tut, das ist vor allem das EDA unter Mithilfe der Pharmaindustrie, die von der Schweizer Politik sowieso keine Ahnung hat und sich gescheit einmal darum kümmern, dass sie wieder mal eine gute Pipeline haben, dass ihr Geschäft gut läuft. Nein, das ist Spass beiseite. Aber eigentlich war es unverantwortlich, dass man die Verhandlungen jetzt wieder anfängt, weil, wenn wir schon ehrlich sind, eigentlich dürfen die nicht schüttern, weil es wäre so ein Affront von der Schweiz gegenüber der EU, dass wir nachher mit der EU viel mehr Probleme haben, als wir gehabt haben, dadurch, dass wir aufgehört haben zu verhandeln. Man hätte gescheiden einfach gewartet und ich glaube, der Grund, warum das gewisse nicht kreisen und da müssen wir einfach, das sind die vielen, 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 vielen europhilen Diplomaten im EDA, warum das so auf Tempo gedrückt haben, warum die unbedingt wieder haben verhandeln wollen, ist klar, sie haben natürlich gemerkt, dass die Leute sich daran gewöhnen, dass es gar nicht so ein Problem ist, oder die sogenannte Erosion, wo da, wie ihr weiss, so einen traurigen, europhilen Verband ist, die ganze Zeit uns hätte aufzeigen wollen. Es stimmt eben nicht, die Rahmenverträge oder die bilateralen Verträge sind ein Erfolg, die funktionieren und alles, was auch Erosion ist, ist eigentlich immer gewollt von der EU, um uns wieder ein bisschen unter Druck zu setzen. Ja, das ist natürlich so und das Entscheidende, glaube ich, der entscheidende Fehler, den man gemacht hat 2021, den man eben nicht nachgegeben hat, das ist ja nicht ein Abbruch von den Verhandlungen gewesen, sondern man hat einfach nicht nachgegeben auf Schweizer Seite in diesen drei wichtigen Punkten, Lohnschutz, Unionsbürgerrichtlinien und staatliche Beihilfe. Man hat aber die Elefanten im Raum nicht benannt, oder man hat Brüssel weiterhin angelogen. Seit 2008 erzählt man, das ist die grosse Lüge der Schweiz gegenüber Brüssel, seit 2008 sagt man, ja, das ist alles kein Problem mit der Streibeinlegung und der dynamischen Übernahme von EU-Recht. Und man hätte es auch 2021 nicht so sagen wollen. Man sollte brüsselendlich mal reinen Wein schenken und sagen, wir wollen das nicht, wir können das nicht. Also ich finde, du hast völlig recht, aber wir haben das schon mal besprochen. Ich meine, die haben einen Botschafter in Bern. Die können die Zeitung lesen, die wissen ganz genau, dass das sehr umstritten ist. Sie wissen ganz genau, dass das Mehrheitsverhältnis prekär sind. Du hast völlig recht, die Diplomaten treiben hier ein dummes Spiel, ein zweifaches Spiel und so weiter, das ist alles klar. Aber letztlich sollte das die EU auch wissen. Aber die EU weiss es natürlich auch und das ist auch der Grund, warum sie so auf Druck machen. Weil das ist schon interessant, das Interview heute vom Maros Sefkovic. Ich habe jetzt fast den Namen nicht mehr gewusst, sein Vorname. Maros Sefkovic ist der Kommissar der EU, ein ehemaliger Kommunist aus der Slowakei, ausgebildet in Moskau an einer Kaderhochschule. Er soll ein kommunistischer Diplomat werden. Und das merkt man eigentlich heute noch. Das ist ein autoritären, unverschämter Mensch, wenn man schaut, wie der eigentlich das Interview gibt in der Zürich-Zeitung. Dominik, die wichtigsten Eindrücke. Ja, also er tut natürlich den Schmus bringen. Er sagt, unsere Teams arbeiten bestens zusammen, wie wenn das ein wichtiges Kriterium ist. Das macht einem als Schweizer fast Angst. Denn er hätte ganz viel Respekt vor der Schweizer Demokratie. Man müsste aber sehen, er müsste also auch 27 Länder fragen, ob sie einverstanden sind. Interessanter wird es dann beim Thema Migration. Dort fragt der Interviewer, wie ist denn das mit der Schutzklausel? Das ist Artikel 14.2 vom Freizügigkeitsabkommen. Der Bundesrat will hier die Neuer sagen, unter welchen Kriterien man das anrufen könnte. Dann wird er ein bisschen grantig, weil er sagt, ja, also zu diesem stöchtern im Common Understanding nichts. Das sagt er zweimal. Da will er also nichts nachgeben, ist klar, weil er will immer noch seine Leute in die Schweiz schicken. Er will die Schweiz immer noch fluten. Dann tut er klar festhalten, der Binnenmarkt bedeutet halt dieselben Regeln, dieselben Standards. Das heisst wirklich für uns, dass wir eben schlechter werden. Dass die Schweizer Rahmenbedingungen für die persönliche und unternehmerische Freiheit von den Menschen schlechter werden sollen. Und dann betont er, also die EU werde immer agiler. Zum Beispiel in der Industriepolitik. Ich meine, das muss man auch auf den Zungen sich laufen gehen. Nein, das wollen wir nicht, weil wir wissen, Industriepolitik ist schlecht. Es hat noch nie funktioniert, weil Politiker nicht besser wissen als Unternehmer, was gut ist für die Leute. Und dann sagt er noch, wenn die Verträge unterzeichnet werden, dann sei die Schweiz also so ein enger Partner der EU wie nie zuvor. Auch das eine unfrollene Drohung. Ja, und was eben schon interessant ist, ist einfach der Druck, den die EU eindeutig auf die Schweiz ausübt, was Integration betrifft. Es ist ein Integrationsvertrag. Es ist nicht ein normaler bilateraler Vertrag, auch auf Augenhöhe. Und wenn Economy Suisse behauptet, das sagen die bilateralen drei, dann ist das Propaganda aus ihrer Sicht sehr verständlich. Sie müssen natürlich das alles abspielen. Aber wenn man das Common Understanding liest, ist es sehr eindeutig. Das ist eine neue Qualität, das ist ein neuer Schritt. Das ist ein wichtiger oder sehr weitgehender Integrationsschritt. Für die EU sehr wichtig, das merkt man an diesem Interview, es ist ihm sehr, sehr wichtig. Er sagt da viele Sachen, die meiner Meinung nach grotesk sind. Er sagt dann irgendwie, ja eben, wir respektieren natürlich die schweizerische Demokratie. So wie eben die EU ja auch eine Demokratie ist. Ist sie nicht. Das finde ich eigentlich unverschämt. Ich habe nichts gegen die Mitgliedstaaten. Das sind alles ausgewiesene Demokratien. Aber die EU selber als Gebilde ist eben wirklich nicht demokratisch verfasst. Es ist nicht ein Staat, ein demokratischer Staat. Und dass er das vergleicht mit der schweizerischen Demokratie, die seit 1848 tiptop funktioniert, finde ich ein starkes Druck. Was auch interessant ist, ist der Unsinn, den er erzählt. Ja, Grösse sei halt jetzt wichtig in der geopolitischen Lage heute. Da habe ich gedacht, ja, du kommst aus der Slowakei. Slowakei hat einmal zu Österreich-Ungarn gehört. Österreich-Ungarn war riesengroß. Ist das ein Erfolgsgeheimnis? Ist das ein Erfolg gewesen für die Leute, die in Österreich-Ungarn gelebt haben? Glaube ich nicht. Das ist so ein absurdes Kriterium. Und auch ein Kriterium, wo wir gerade als Kleinstadt, wo seit langer, langer Zeit sehr erfolgreich sind, eigentlich müsste zurückweisen. Die Zürich-Zeitung hat dort ein bisschen, finde ich, ein bisschen zu wenig nachgefragt, was das heissen soll. Weil das sind alles so Plattitüden, wo du hast es erwähnt gestern, wo wir über die Arena gesprochen haben. Was wirklich peinlich ist bei den Befürwortern von diesen Abkommen, ist einfach die Dichte, Dichte von Plattitüden, von Banalitäten, von Trivialitäten, von Unsinn, wo die behaupten. Und sie gehen nicht in Detail, weil letztlich kann man eben das nicht so richtig verteidigen. Ja, das ist natürlich so. Er bringt noch etwas anderes. Er spricht davon, dass die Schweiz dann bei den Entscheidungsgremien dabei sei. Das ist meines Wissens jetzt nicht der Fall. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist illusorisch, dass die Schweiz in den Entscheidungsgremien von der EU dabei sein wird. Ich würde ihm beim Wort nehmen. Ich hoffe, der Bundesrat oder unsere Verhandler sagen, dem Herrn Schostak, das ist zwei Stufen unterhalb von Herrn Sefkovic, du, dein Oberboss hat dann gesagt, wir sind dabei. Weil das, da würde mir besser gestellt, dass die EWR starten. Das ist völlig absurd. Wir sind höchstens in irgendwelchen Expertenrunden dabei und in einem Vernehmlassungsverfahren. Also dort wird viel zu viel versprochen. Und was auch noch lustig ist in diesem Interview, der OGH, der Gerichtshof der EU, der kommt gar nicht vor in diesem Interview, weil das ist einer von den grossen Streitpunkten. Und da könnt ihr in einer Stunde am 6 Uhr auf nebelspalter.ch etwas Interessantes lesen, weil letzte Woche hat der OGH das Supreme Court vom Vereinigten Königreich ins Enkel gestellt und Grossbritannien, also das Vereinigte Königreich, verurteilt, weil sie in einem Scheidsgerichtsfall gegen EU-Recht verstossen haben. Du musst dir das einmal vorstellen. Und wenn der OGH, der britische Supreme Court, ins Enkel stellt, dann wird er ganz sicher auch das Pseudoscheidsgericht, das wir dann vielleicht in diesen Rahmenverträgen haben, ins Enkel stellen. Genau, das war ja nochmal möglich, weil leider, leider die Engländer ein dummes Abkommen geschlossen haben, wo es wegen Nordirland sicher ein kleines Boxhorn jagen lassen hat. Das war der Schlüssel, den die EU hatte, um im Prinzip immer noch einen Fuss in der Tür zu behalten, was Grossbritannien betrifft. Gut, gehen wir zu einem anderen unerfreulichen Thema. Das ist Martin Sellner. Ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich habe zu wenig bis jetzt gelesen, was der Mann alles behauptet hat. Es wird ganz Schlimmes von ihm gesagt. Ich weiss es nicht. Ich muss jetzt zuerst einmal nachlesen, was er gesagt hat. Aber was ich kann beurteilen, ist, ich finde es schon sehr komisch, was die Kantonspolizei Aargau gemacht hat, wo Martin Sellner einen konservativen Rechten, andere sagen rechtsextremen Österreicher, er wollte nicht etwas sagen in der Schweiz und ist verhaftet worden. Dominik, was sind da die Einzelheiten? Ich sehe das ähnlich wie du. Also die österreichische rechtsextreme Szene, die ist ganz gruselig, die ist ganz blöd, komplett hirnfrei und so. Aber darum geht es ja nicht, das ist nicht der Punkt. Der Typ, der soll sein Zeug verzapfen bei irgendwelchen komischen, nur noch halb Schweizer, die sich da so gebärdet. Wir sind ein freies Land, der darf das sagen, weil die Aktion ist komplett in die Hose gegangen. Er hat nämlich daraus dann viel mehr Öffentlichkeit für seinen Schwachsinn bekommen, als er bekommen hätte, wenn es eigentlich um die Sache gegangen wäre von dem Blödsinn, den er erzählt. Und darum, nur schon wegen dem ist es ein Fehler, dass man den aus dem Kanton Aargau gepäcklet hat und den rausgeschmissen hat. Ja, und das ist ein unglaublicher Double Standard. Ich meine, wir lassen Hamas-Freunde demonstrieren, die dürfen die Vernichtung von Israel und die Vernichtung von den Juden propagieren. Das finden wir nicht so ein Problem, das kann man ja diskutieren. Oder auch, wir lassen da unsere Klima-Idioten sich festkleben auf der Strasse. System changed. Das ist doch auch noch interessant, was die da zu sagen haben. Und das ist alles Schrott, das ist der gleiche Schrott, wie die Rechte oder die Rechtsextremen erzählen. Aber letztlich wollen wir eigentlich wissen, was für Schrott die erzählen. Das ist viel besser, weil sie denken, ja sowieso, der Schrott sei richtig. Und dann sollen sie es doch auch sagen. Das ist das Erste. Und ich meine, es ist für die Schweiz eine alte Demokratie, wo Heimatsternen Pressefreiheit eigentlich seit der helvetischen Zeit sogar gekannt hat. Wobei die Pressefreiheit unter den Franzosen war dann auch ein bisschen ambivalent. Sagen wir 1830, wo sehr viele Kantone liberal wurden. Abbezahler-Zeitung, oder? Wir hatten immer Pressefreiheit in der Schweiz. Wir müssen uns nicht schämen für unsere Meinungsfreiheit. Und dann, kopferdeckelt, kommt hier eine Polizei, eine eifrige Aargauer-Polizei, und tut hier über Verhaften, wo irgendetwas sagt, wo irgendjemandem nicht passt. Peinlich, peinlich geht es so weit, dass ein Elon Musk das sogar festgestellt hat und nachher fragt, ob das legal ist. Man muss sich ein bisschen schämen für dieses Land, das ist nicht gut. Und man muss sich schämen für ein Land, wo kopferdeckelt einen Vollidiot hat daran hindern am reden. Lass doch jeder Idiot etwas sagen. Wir haben so viele linke Idioten, da können wir auch rechte Idioten anhören. Gut, wir kommen auf ein ganz wichtiges Thema, wirklich. Und das ist auch eines, das mich am meisten heute beschäftigt hat. Das ist der, ja, wie sagen wir, der Sepi-Tag, oder Sepi-Tag, also der Sankt-Josefs-Tag ist heute. Und es zeigt wieder einmal, tut alle Vorurteile bestätigen, die Innerschweiz tut vor allem Viertig pflegen. Dominik? Ja, natürlich. Also in der echten Innerschweiz ist heute ein Viertig. Und dann auch noch im Wallis und im Tessin. Also ich sage, Nidwalde und Schweiz und Uri. Obwalde ist nicht mehr in dieser List. Ich weiss auch nicht, die sind wahrscheinlich irgendwie ausgeschert. Das ist wahrscheinlich schon in der Elfettischen Republik passiert, wo sie ja auch Nidwalde im Stich gelassen haben und ihren Aufstand gemacht haben. Jetzt denken wir, den Sepi-Tag auch noch abschaffen. Genau. Und offenbar gibt es einzelne Gemeinden in Graubünden, Luzern, Solothurn und Zug. Also dort ist die Hoffnung noch nicht ganz verloren. Es ist ein wichtiger Tag. Nicht nur, weil mein Vater Josef heisst, weil dann hätte man dann ein Dessert erwählen. Der zweite Name. Edwin Josef Somm. Ja, siehst du. Da musst du ihm auch gratulieren. Nein, und dann, ich weiss einfach von Küsnacht am Rigi, es gibt aber auch an anderen Orten. Da gibt es wirklich Josefsvereinigungen. Und du musst dort zum Beitreten, musst du Josef oder Josefine heissen. Und die haben immer... Oder Sepp geht auch. Ja gut, aber die Aufnahme ist natürlich Josef. Und dann die Generalversammlung, eigentlich machen die nur eine Generalversammlung und vielleicht im Sommer mal einen Ausflug auf Morgarten oder vielleicht auf Obwalden. Ja, sehr gut. Und die Generalversammlung ist natürlich am Sepi-Tag. Das ist ganz wichtig. Und ich weiss einfach, für die Küsnacht machen sie jedes Mal an der Generalversammlung den gleichen Witz. Der Wirt kommt rein und sagt, das ist das Telefon für den Sepp. Und dann gehen irgendwie zu 20. Und sagen, für mich, für mich, für mich. Gut, da sieht man einfach, die Interschweizer haben Humor. Das ist super. Nein, das heißt eben Sepi-Tag, nicht Seppli. Nein, das ist einfach hunzig, Markus. Also, der Sepi-Tag. Der Sepi-Tag. Aber wichtig ist, die haben wirklich frei. Die schaffen nicht. Ja, das ist einfach so. Und dass ich es nicht arbeite. Kein Wunder, die haben die nicht industrialisiert. Im 18. Jahrhundert ist die ganze Zeit der Josefs-Tag und der Dominik-Tag und der Markus-Tag. Und ich weiss nicht, da musst du ja nicht mehr arbeiten in der Interschweiz. Ja, nein, du bist halt durch Transzendenz am Arbeiten. Du arbeitest an deiner Erleuchtung. Ja, das stimmt. Das gehört auch an den Gottesdienst dazu. Im Himmel kommt man natürlich immer. Aber in die Industrialisierung kommt man nicht. Wenn man arm ist, kommt man es auch so eher im Himmel als der Reiche. Eher ein Kamel. Da liegen das immer richtig. Gut, das war es an dem Sepi-Tag. Am Sepi-Tag Bern-Einfach. Für alle, die Josef heissen oder Josefin, speziellen Gruessen an euch. Gratulieren zu diesem wunderschönen Namen. Meine Ernst, ganz einen schönen Namen. Sepp ist sowieso ein super Name. Oder Josefin ist auch sehr gut. Gut, das war es bei Bern-Einfach mit Josef Foisi und Josef Som. Und ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf Apple Podcasts oder Spotify usw. Könnt ihr uns weiterempfehlen. Würde uns freuen. Würde uns hoch, 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 hoch bewerten. Wir gehören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Was ist denn morgen für einen Tag? Oh, das weiss ich nicht. Das hast du mich verwischt. Ah, nicht verwischt. Wahrscheinlich Pankreas oder irgendwie Pankratz, nicht Pankreas. Wallis darf ausruben. Oder Solotour. Nein, Katholik darf man auch ausruben. Wir können jeden Tag jetzt die katholischen Heiligen noch bei Bern-Einfach integrieren. Das wäre gut. Bitte berichten. Und alle, die nachher die katholischen Heiligen nehmen, können wir das Abo über 50%. Genau. Gestiftet vom Papst. Gut, danke vielmals und bis bald. Das war Bern-Einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.